Letzter Zeit hat es in Blutens des Öfteren gebrannt, auch am vergangenen Samstag und am vergangenen Sonntag. Man geht momentan davon aus, dass es Brandstiftung ist. Bei mir ist jetzt der Mario Leiter, Vizebürgermeister von Blutens. Hat es so etwas in Blutens schon mal gegeben? Also Brände gibt es grundsätzlich immer, wird es immer wieder gehen. Man versucht aber auch im Brandschutz, dass man immer versucht, das Beste auszuholen, dass man irgendwie die Gefahren minimiert. Allerdings in der Form, in der krassen Form, dass die in kurzer Zeit so geballte Ladung sind, kommt eher selten vor. Containerbrände gibt es immer, durch Selbstentzündung beispielsweise. Aber so wie es jetzt war, schaut es schon demnach aus, dass es eine Brandstiftung ist. Was raten Sie über Blutens zur Bevölkerung? Also wichtig wäre mal, dass man einfach vielleicht auch in den Mehrfamilienhäusern, in den Mehrparteienhäusern, dass man die Hausgänge auch verschlossen haltet, dass da nicht unberechtigt den Zugang haben zu den Hausten, zu den öffentlichen, wo die Multcontainer und so deponiert sind. Aber grundsätzlich möchte ich auch mal Luftwissene nicht die Bevölkerung zu verärgern oder verängstigen. Ich glaube, das wäre ein bisschen übertrieben. Da gibt es einen oder vielleicht auch zwei Personen, die das machen und denen sind wir heiß auf der Spur. Also ich denke, es wird sich verdichten und es wird sich der Täter oder mittlerlau. ziehenab Gracias. Ich gehe mit will. Das war mit dem Derek Mal lä+. Falte die Dinke heißt Ahnung. Wir ils varios haben univergen.